Aaaaaaah Dieses Spiel habe ich seit ich weiß nicht wie langer Zeit auf meiner scheiß Wunschliste auf Steam. Unmengen an Zeit! Ihr versteht nicht wie lange ich auf dieses Spiel warte. Und in der einen Woche, wo ich im Urlaub bin, kommt das Spiel raus! Es haben jetzt nur schon tausend Leute hier dazu schon Videos gemacht und das ist auch fein, aber jetzt bin ich dran. Ich lasse mich überraschen, ich habe erfolgreich legit jedes Video zu diesem Spiel, jeden Stream zu diesem Spiel. Ich habe alles gedodget, was man dodgen kann. Ich bin komplett blind unterwegs und freue mich drauf, dieses Spiel heute zu spielen. Lasst uns gucken, dass wir heute Spaß haben. Lasst ein Like da. Abonniert den scheiß Kanal! Werde Teil des Colts! Au! 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 Kult! Kult! Ich bin so bereit, verdammt you here. Ja, Sir! They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. Aha. Stay close! Charles isn't the only thing to fear around here. Oh. Okay. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Map. Dort ist sie. Sieht tatsächlich eigentlich relativ groß aus. Es gibt hier einiges zu erledigen. An sich ja ein schöner Ort. So. Ach du meine Güte. One of the train operators was killed early on by the beast. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Oh! Der gibt ja, der gibt ja richtig Gas. Na, na, na. Hihihi. Also basically, irgendein Lokführer ist wegen Chuchu Charles schon gestorben. Sein alter Zug steht hier noch irgendwo, I guess. Und jetzt dürfen wir hier einmal reinschauen, Bro. Irgendwas ist mit dir hier nicht ganz richtig, hör mal. Oh, das ist aber ne schöne, ne schöne, ein schöner Zug. Mining Charles Company. Ah, deshalb heißt das Ding wahrscheinlich auch Chuchu. Oh mein Gott. Das ist das Geschütz hier. Ah! Er ist doch schon hier drin. Okay, was haben wir hier? Zuggesundheit, Tempo, Panzerung können wir leveln. Ah, okay. Das ist lit. Hier können wir Upgrades kaufen. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be in traffic. Hiermit fahre ich einfach geradeaus. Ja, baby! Wooo! Und jetzt? Do you hear that? It's him! It's him! Oh! Ah! 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 The eggs? The eggs? Seien Bein sieht nicht gesund aus. Dude! Ich soll jetzt Eier finden. Ich soll seinen Sohn finden, und ich soll jetzt irgendwie den Zug einfach steuern und im besten Fall, I guess hier ein bisschen Upgrades und Reparaturen durchführen. Oh wow. Guck mal, hier gibt es voll viel Stuff. Also die Gelben sind anscheinend NPCs, die so Nebenmissionen sind. Blau ist anscheinend erforderliche Mission. Und Rot ist eine Waffenmission. Okay, pass auf. Dann lass uns mal zur ersten Waffenmission fahren. Eine sogenannte Waffenmission. Oder wir fahren mal hier an dem NPC vorbei. Check out the balcony and take whatever you feel like with everything. Okay, also die NPC-Leute, die helfen mir einfach ein bisschen. Ah, guck, hier ist ein bisschen Schrott für meinen Zug. Okay, bei den NPCs gibt es einfach mal ein bisschen was zu erledigen, damit wir ein bisschen an Schrott kommen, würde ich behaupten. Genau, jetzt kann ich hier auf meinen Zug wieder aufspringen und hier dann irgendwie Panzerung hinzufügen. Hier, zack. Jetzt habe ich zweimal Panzerung hinzugefügt. Gibt es da ja auch einen äußeren Unterschied? Oh ja, ich glaube ein bisschen, oder? Ich würde jetzt einfach mal weiterfahren. Hier vorne rechts ist irgendwie diese Waffenmission. Lass mich mal schauen. Ich halte mal hier an. Gehen wir einfach mal da rein. Ei, ei, ei. Da brennt was. Das ist nicht gut. Was passiert, mein Herr? Soll ich jetzt hier nach oben und vielleicht das Ding irgendwie, vielleicht das Ding hier umkippen? Damit das Feuer gelöscht ist? Maybe? Hier? Aha! Ja, 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 perfekt. Und jetzt holen wir uns von dem Dreh hier. Und jetzt haben wir hier eine neue Waffe, oder what? Ja, banger. Okay, wir haben jetzt hier anscheinend das abgeschlossen. Ach, guck hier. Hier ist jetzt der Flammenwerfer dran. Und wenn ich den benutze... Oh, shit. Okay, und hier kann ich die ganze Zeit wechseln. Ah, I get it. Ja, guck mal, dann lass uns nochmal hier die Hauptmission beidermachen. Da fahren wir jetzt einfach nochmal zurück. Guck mal, das ist auch direkt hier. Guck, halten wir an. Perfekt. Gucken wir mal vorbei. Also bisher muss ich sagen, Chuchu Charles lässt sich ja einfach null blicken. Wir sind hier ziemlich alleingelassen. Bisher eigentlich ziemlich wacky. Ja, hab ich. Okay, also zusammengefasst, bevor ihr euch das alles jetzt auch mal anhören müsst. Es gibt drei Eier auf der Karte, die wir finden müssen und in die Mitte der Karte bringen müssen. Hier ist der Tempel, glaube ich. Da müssen wir die Eier hinbringen. Und diese Eier provozieren Charles, dass der dann da hinkommt und mit uns bimsen will. Oder kämpfen will, bis er stirbt. Gut, ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt einfach mal, ob wir vielleicht zur ersten Mine gehen. Und mal nach dem Ei gucken. Mal gucken, ob Charles sich blicken lässt. Ich halte die ganze Zeit Ausschau nach Charles, aber ich sehe halt gar nichts. Sie ist ja nichts. So, ich halte mal hier an. Ja, das ist hier direkt daneben. So, moin. Und hier sollen jetzt Eier drin sein. I guess. Dringender Brief an Herrn Warren. Während wir in dem weines entfernten Tunnel arbeiten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas ist hier seltsam. Ich habe das Gefühl, wir stoßen hier vielleicht gleich auf was Schäbiges. What is this? Okay, hier ist jetzt die seltsame Höhle, wa? What the fuck? Oh, weia. Wo zum Teufel bin ich? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fuck! Rennt er mir immer noch hinterher oder what? Oh mein Gott! Er ist immer noch hinter mir! Nee, ich muss zurück Ich muss zurück Der Pisser kriegt jetzt von mir so auf die Fresse Da steht er Da steht er, komm her, Süßer Warte mal Hab ich ihn getötet? Oh mein Gott Ach du Scheiße, der hat auch so ne Chuchu-Charles-Maske auf Der blöde Warte mal Ja, ja, ich hab ihn Okay, aber jetzt können wir ja theoretisch dann wieder Da rein, oder? Warum sind die da? Was sind das für Leute? Ich dachte, hier ist nur dieser Chuchu-Charles Der hier irgendwie sein Unwesen treibt Nicht, dass hier jetzt noch einer ist Hier ist das Drecksei Ich hab's War's das? Oh mein Gott Ey, hab ich mir da gerade eben so geschrieben Wie so ein kleines Schulmädchen Ey, wenn jetzt hier draußen Chuchu-Charles wartet Schnell zum Zug Schnell zum Zug Schnell zum Zug Okay Wir gucken auf die Karte Unsere nächsten Missionen sind tatsächlich hier oben Und hier Nochmal zwei Ich würde sagen, wir klappern die einfach ab Wir gucken mal, was uns noch so auf der Karte dann begleitet Wir fahren jetzt einfach mal geradeaus Es ist Thomas die Lokomotive Thomas die Lokomotive Wir sind Thomas die Lokomotive Und wir fahren, 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 fahren Okay Wir halten mal an So und hier unten war ein NPC am Steg Den können wir mal anhauen Ob wir hier vielleicht noch ein paar Schrottteile finden für unseren Zug Meine Beile Moin Bré Ey, ist ein richtiger Geschäftsmann hier But you might not give you all the scrap metal I have Ja, perfekt Also, der Junge hier möchte einfach nur nach Hause Wo möchte er denn hin? Oh, er möchte da links lang, ne? Scheiße! Da kommt Chuchu-Charles Ich hab ihn gehört Oh, fuck War er das? Oh mein Gott 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 Ah! Ah! Oh mein Gott Oh mein Gott, du musst ja Instant In den Zug, wenn der kommt Der bumst dich ja komplett auseinander Oh mein Gott Ich hab völlig vergessen Wo mein scheiß Zug war Okay, wir fahren einfach geradeaus Wir fahren zur nächsten Hauptmission Würde ich sagen Und gucken einfach mal, was passiert Mein Gott Vor allem, dass man außer Entfernung Dann dieses scheiß Zuggeräusch hat Da würde ich sagen Halten wir hier mal an So, hier ist die nächste Waffenmission Geile Stimme Why don't you bring that box of rocket ammunition back here From inside the bunker down the rail Alter, ist das ein Raketenwerfer? Den brauch ich Und boom Ehre So, und hier ist jetzt Raketenmuni Okay, und hier ist jetzt Raketenmuni Oh what? Ja Gott sei thanks So, ich hab deine Raketenmuni Neue Waffe für unseren Zug Thicker Raketenwaffe Achso, hier vorne ist ja auch schon unsere nächste Hauptmission Alter, wer ist er denn? Er sitzt hier so in seiner Spitzhacke Und zu seinem, weißt du Sein blinkender Körper, Digga Ah, hi Greg Okay Wir haben den Eingang zur nächsten Mine Ah, okay Wir müssen da erstmal ganz rüberfahren Fahren da jetzt einfach mal in Norden hin Und gucken mal, was auf der Fahrt so passiert Also bisher hat sich Charles echt zurückgehalten So, was ist das hier? Okay, das ist fucking lit Einfach so ein fucking Raketenwerfer Friss Scheiße, Charles Friss Man fährt halt wirklich viel rum, ne? Die Scheiße macht mich richtig sauer Kurz, um es zusammenzufassen, Freunde Basically fährt man ein Choo-Choo-Charles Andauernd durch die Gegend Und macht dumme Nebenmissionen Ich werde es so machen Einfach, weil ich zweieinhalb Stunden aufgenommen habe Dass ich ein paar Nebenmissionen rausschneide Basically Falls ich das jetzt nicht mit reinschneide Ich level parallel die ganze Zeit meinen Zug Und mache noch Nebenquests Ich finde es nur wichtiger Dass man so ein bisschen mehr die Hauptmission sieht Also es geht jetzt weiter Genau dasselbe, was ich jetzt gerade gesagt habe Zieht sich jetzt auch in Zukunft durchs Video Scheiße auf Nebenmissionen So, ich gehe jetzt weiter schneiden So, ich glaube hier ist Mine Nummer 2 Gehen wir einfach mal hin Ja, hier geht es definitiv zur zweiten Mine Oh Da ist so ein Typ mit Shotgun Aber der patrouilliert nur hier draußen ein bisschen rum Also all good Okay, gehen wir rein Jetzt müssen wir nur richtig aufpassen Dass wir hier Nicht in die Arme laufen von irgendjemandem Okay, das ist fucking creepy Also schön ist es nicht Bin ich early Müssen wir hier links durch? Ich gucke einfach mal Verpiss dich Der kriegt von mir so auf den Sack Der kriegt so einen Raketenwerfer in die Fresse Die blöde kleine Ratte So So einfach ist es Bro, hat der kassiert So nehme ich hier links war jetzt gerade die Wache Die habe ich ausgeschaltet Das heißt hier ist jetzt erstmal keiner Aber ich höre hier drin noch wen Der ist da vorne irgendwo Hier komme ich nicht durch Mein Gott Ich habe das Ei Ich verpiss mich Oh mein Gott, geil Okay, ich habe das Ei Nummer 2 Ein Nummer 2 ist in meinem Sack 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 Eige klaut Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüu! Äh, ich würd sagen, wir fahren jetzt hier erstmal schön vorne vorbei. Digga, ich geb halt gar keinen Bock zu Fuß unterwegs zu sein. Ich würde mich nicht, ey, scheiße. So. Wir halten ja an. Nächste Hauptmission. So, mein Kind. Ach, ist das dein Sohn von eben? Ich bin yep depart��터 Onun. Nee, er ist tatsächlich abgekratzt. Ich habe jetzt von ihm den Schlüssel bekommen, für den Endfight quasi. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Eier und den Schlüssel für den Tempel in der Mitte. Ich ballere dann die Eier, wenn ich jetzt das dritte dann auch noch habe, schön in die Mitte rein. Und dann, aber nur dann können wir das lebensgefährliche Battle gegen Chuchu fucking Charles führen. Hier ist jetzt noch eine Waffenmission, die würde ich gerne anhalten. Er kommt. Er kommt. Warum kommt er denn nicht? Komm du Schwein! Ich bin so fucking bereit für dich, du blödes Arschloch. Da ist er. Da hinten fährt er. Eww. Die Frage ist, kommt er? Er kommt! Scheiße, fuck! Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich schieße durch den fucking Zug. Komm her, Chuchu Charles! Oh mein Gott. Der macht meinen Zug kaputt. Mein Zug ist gleich down. Verpisst er sich? Ja, du blöde, du... Kacku, Alter! Huuu! Okay, mein Zug ist so gut wie down. Also, er hat keinen Bock, bis zum Tod zu kämpfen. Er verpisst sich die ganze Zeit wieder, diese kleine Ratte. Ich freue mich drauf, deine hässliche Fresse zu sehen, während ich sie verprügelt. Wirklich. Ja, was geht? Was hast denn du hier? Was ist denn das? Okay, also basically, ich soll die restlichen Teile der Waffe holen. Ach, die sind hier am Arsch der Welt. Dann kann ich die Waffe behalten und mit der ballern und ich soll sie bop... Aaaaaah! Und ich soll sie Bob nennen. Das ist ihre einzige Voraussetzung. Ja, der gute Herr, der sieht so aus, als hätte er eine Hauptmission für mich. Oh mein Gott, du bist ja voller Blut. Ich fasse es für euch nochmal zusammen, weil ich nett bin. Dieser Schrein in der Mitte ist wohl dafür da, Eier zu zerstören. Nur gibt der tatsächlich, Charles, auch Energie zurück. Ja, weird. Weird jetzt... Ja, machen wir es. So, und hier kriegen wir jetzt die neue Waffe. Infiltration des Bandenlagers. So, und hier laufen die rum. Ja, hier gibt es so ein paar Kacklappen. Wisst ihr, was wir machen? Wir baiten jetzt die alle und ballern die mit unserem Zug ab. Guck mal, da sind sie. Fuck, da kommt Chuchu Charles. Wo? Aaaaaah! Stirb. Ich fahr ihn um. Aaaaaah! Du hässliche Stück Scheiße! Oh mein Gott. Wir brauchen definitiv mehr Panzerung. Und ich hab das Gefühl, der Raketenwerfer könnte auch nicht der Way to go sein. Vielleicht müssen wir... Jetzt sind wir schon wieder hier. Hier, Rache! So. Hab ich alle. Hat hier noch jemand was zu melden? Das kann doch nicht sein. Aaaaa! Scheiße! Ach, Mann, ey! Er stirbt doch! Aaaaa! Der brandt! Ich bin so fucking sauer. Ich bin so fucking sauer. Oh, jetzt! Der ist tot. Haben wir's? Ich geh jetzt mal hier oben gucken. So, wir haben jetzt ein paar ausgeschaltet. Fucking finally. Ah! Ist das so ein Flagg-Geschütz? Damn! Okay, das ist sick. Eww. 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 Was macht der? Chuchu-Chiles, bist du doof? Aaaaa! Wir können halt erstmal jetzt die Mine machen, damit wir das alles abgehackt haben. Und dann können wir halt ganz... Ja, pass auf, das machen wir. Wir gehen da rein. Wir lassen einfach die Karre jetzt hier stehen. Oh, Mann, Alter. Und gehen schön hier jetzt in die letzte Mine. Die ist hier. Ne, alles gut. Okay. Da vorne pfeift schon wieder jemand. Oh, mein Gott. No, fu- AAAAAAAH! Es ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Alles gut. Nothing good! Da, 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 da. Oh, muh, muh, muh. All good. All good. So. Ich hab das Ei. Ich hab's. Und warum steht der dort? Und warum steht der dort? Wir haben jetzt alle Eier, soweit ich weiß. Ich glaube, wir haben alle Eier. Jetzt geht's nur noch darum, meinen Zug so zu upgraden, dass wir alle gemeinsam existieren können. Und dafür fahren wir am besten diese Route hier. Weil hier hab ich schon eine Mission, die ich abgeben kann. Und hier sind noch mehr Nebenmissionen, damit ich ein bisschen mehr Scrap bekomme. und den Stuff rasieren kann, wenn ich will, ne? Also, es ist ein bisschen Nervenkitzel, die ganze Scheiße hier. Oh. Mein Gott. I need my pickle! I ate the last jar of pickles I had in my house. Ach du meine Güte. Warum will die jetzt ihre scheiß Pickles haben? Und hier ist jetzt ihr geheimes Glasgurken. Ist das dumm, Alter. Es ist halt legit einfach ein Gurkenglas. So, Tachchen. Mein Pickles! Mein Pickles! I thank you so very much for bringing me my pickles. You are my pickle hero! So, wie viel? Oh mein Gott, haben wir viel. Okay, ich würde sagen, Rüstung nochmal. Tempo. Machen wir mal zweimal, kommen wir besser voran. Und die acht Schrott behalten wir. Oh, so langsam geht es hier aber richtig rund. Mit der Armor. Hier ist noch eine Nebenmission. Können wir kurz annehmen. Okay, fragen wir mal. Ich soll jetzt hier acht irgendwas finden? So, ich soll jetzt acht Seiten finden? Legit? Dein Scheiß Ernst? Was ist das jetzt? Da war irgendwas. Oh mein Gott, fucking, da war irgendwas. Oh mein Gott, da war irgendwas. Oh mein Gott, das ist so ein Slenderman-Verschnitt. Ich fass es nicht. Ich wollte hier Choo-Choo-Charles spielen. Ah! Oh, no fucking way. Jetzt soll ich hier Slenderman spielen? Jetzt muss ich noch eins finden. Oh mein Gott. Sind die wenigstens markiert? Ne, natürlich nicht. Fair enough. Vielleicht hier? Ich glaube, ich hab's. Ist vorbei? Gott sei fucking Dank. So, und jetzt gehen wir zu unserem Zug und upgraden die Scheiße aus dem Ding. B-b-b-b-b-b-b-b-beauty. 109 Schrott. So, Panzerung. Panzerung. Tempo. Beides auf Level 9. So. Das ist er. Der Zug. Ich nenn ihn auch gern den Lila Stier, Digga. Oh, aber wir sind jetzt voll gepanzert. Ich hab noch einen neuen Schrott zum Reparieren. Ich glaube, das sollte fein sein. Und dann geht's gleich richtig ab. Fucking fein, Lee, Alter. Aber ist schon krass, wie wenig Choo-Choo-Charles wirklich am Start ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der wird uns die ganze Zeit auseinandernehmen. Ach, du blöde Scheiße. Kommt Thomas da gerade? Oh mein Gott, Choo-Choo-Charles ist hier. Oh mein Gott. Ja. Guck dich an. Ja, haut er jetzt irgendwann rein? Oder was passiert jetzt? Okay, ja, er hat sie verpisst. Gott sei Dank. Oh, ich glaube, ich brauche kurz einen Drink. Sekunde. Mein Gott. Oh. Oh. You look like a monkey. You look like a monkey. Alalalala. Nein. Okay. 37 Schrott. Boom. Level 10. Ich hab neun Schrott übrig. Ich könnte mich theoretisch einmal vollheilen. Wir gehen jetzt in die Mitte. Kiff, friends. This is it. Ich habe nun alle Nebenmissionen auf der Map erledigt. Alle. Keine einzige Ausnahme. Wir gehen jetzt in die Mitte. Legen diese Scheißeier auf den Tisch. Also nicht meine, aber die Eier. Und werden die Scheiß-Lokomotive komplett aus dem Leben schallern. Okay, pass auf, wir machen es so. Ich muss jetzt, ich überlege mir gerade einen Plan, wie wir jetzt die Scheiße machen. Ich glaube, wir müssen da oben einfach nur an diesem Pult und alle drei Eier da reinlegen. Das ist zumindest, was ich glaube, was wir jetzt direkt machen. Weil da oben, guck mal, hier oben ist doch diese Brücke, die der Typ meinte, die wir manipuliert haben im Endkampf. Wenn wir unten einmal rumfahren. Nee, aber bringt ja nichts. Wie kommen wir denn jetzt nach da oben schnell? Gar nicht, oder? I guess, wir geben einfach jetzt mal unser Bestes. Ansonsten fahren wir einfach eine große Runde. I think this is it. Ein bisschen aufgeregt bin ich, muss ich sagen. Okay, hier ist das gute Stück. Das sieht heftig aus. Okay, also, ich mache jetzt einfach mal die Eier hier rein. I don't know what to expect. Let's fucking do it. Scheiße, shoot, shoot, Charles, Alter. Ja, steck rein, die Scheiße. Los. Oh, oh. Oh, oh. Was? Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh, mein. Oh, mein Gott. Oh, my fucking. Oh, fuck. Okay. Wir machen es genauso, wie wir es eben geplant haben. Einfach rauf. Einfach rauf, die Scheiße. Es sieht okay aus. Scheiße, Raketenwerfer. Los, 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 los. Wird er jetzt noch wütender, oder was? Ah! Oh, mein Gott. Äh. Wo ist er? Wo ist er? Hier, hier ist er, okay. Okay, wir haben gleich die Hälfte. Unserem Zug geht's gut. Wir haben noch genug Schrott. Eigentlich. Theoretisch. Charles, bitte beruhig dich. Oh, mein Gott. Okay, wir haben die Hälfte. Es sieht gut aus. Wir haben genug zum Reparieren eigentlich. Wir haben eigentlich genug zum Reparieren. Oh, mein Gott. Das ist fucking disgusting. Charles! Ah! Okay, ich hab ein bisschen geheilt zwischendurch jetzt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir sind bei einem Viertel, wir sind bei einem Viertel. Nee, Drittel. Hä? Ich kann nicht, ich kann nicht rechnen. Flammenwerfen. Was, was macht der? Was macht der? Wo ist er hin? Okay, verpiss ich, verpiss ich, verpiss ich. Brenn, 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 brenn. Oh, mein Gott. Brenne! Brenne! Huh! Okay, jetzt ist er, glaube ich, definitiv sauer. Okay, schön rauf, schön rauf, schön rauf, schön rauf. Wir nehmen das Plakgeschütz. Oh, mein Gott. Rauf jetzt. Charles, verpiss dich. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Nicht mehr viel, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Er ist gleich tot, er ist gleich tot, er ist gleich tot, er ist gleich tot. Brenn, brenn. Wir haben ihn. Oh, oh. 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 We fucking did it! Oh Gott sei Dank! What? Nee, was zum Teufel ist das jetzt? Ist das noch ein Ei? Und da schlüpft es jetzt irgendeine dumme Scheiße raus, weil wir das Ei vergessen haben? Oh Gott, bitte nicht. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, fuck my life. Ich bin fertig. Tschüss. Mein Gott.